Ich stand neulich auf der Straße und war wie immer mega cool. Zum Beispiel spielte ich Gitarre, mit meinen Fingern immer zu. Ich sang dazu auch ein paar Lieder, doch schien das keinen zu interessieren. Nur einer schenkt mir Schokolade und da schrie ich ihm hinterher. Ey, ich will keine Schokolade, gib mir lieber deine Hand. Und dann gehen wir zusammen einsaufen und schauen, wie sich was ändern kann. Der Typ, der sagt, na gut von mir aus, die ganze Hektik macht ja krank. Ich kenn da auch ne gute Kneipe, wo Mensch auch gut eintrinken kann. Und wie wir so auf dem Weg waren, trafen wir Heike, die war nett. Die kam direkt im Hang von Kampfsport und fand was ändern auch echt fett. Wir wollten keine Schokolade, wir wollten erstmal in die Bar. Und dort die großen Pläne schmieden und dachten auch darüber nach. Und als wir ankamen, waren wir hundert und hinter uns brannte ne Bank. Und Bürgermeisterin von Kreuzberg hatte gerade abgedankt. Die saß dann auch bei uns beim Plenum und wir quatschten alles aus. Und na klar kam bei der Sache auch ne ganze Menge raus. Und genau zeitgleich kam ein Anruf, dass überall auf dieser Welt die Leute auch beisammensitzen und dann ging alles ziemlich schnell. Wir wollten keine Schokolade, dann wurde alles richtig schön. Dann gab's halt niemals mehr so Herrschaft. Ja, ja, so einfach kann das gehen. Wir wollten keine Schokolade, dann wurde alles richtig schön. Dann gab's halt niemals mehr so Herrschaft. Ja, ja, so einfach kann das gehen. Dankeschön, tschüssi. ZUGABEL! ZUGABEL! ZUGABEL!